Ladies and Gentlemen, wir werden heute in StumbleGuys einige coole Sachen versuchen zu ziehen. Was? Ihr wisst schon, Leute. Wir machen heute wieder Skins-Sachen. Ich bin immer noch süchtig, ich geb's zu. Es tut mir leid, gebt euer Geld nicht für irgendwelche unnötigen Sachen aus, vor allem nicht für irgendwelche Videospiele an der Stelle. Wir gehen rein, holen uns erstmal die kostenlosen Preise und dann geht es auch schon richtig los. Es gibt neue Skins, es gibt neue Sachen. Wir holen uns das Ding und... Boom! Da sind schon mal die ersten... Oh! Nice! Okay, fetten Skin gezogen. Sehr, sehr stark. Wir machen das Ding, wir ziehen durch. Und ich hoffe mal, dass wir heute auf jeden Fall hier zusammen ein nices Video haben. Schrägstrich Stream. So, ich werde jetzt einen Flicken-Lick-Lolli essen. Den habe ich auf der Gamescom geschenkt bekommen von irgendeinem Zuschauer, okay? Wir machen das. Ist jetzt schon so gute 4-5 Monate altes Ding, aber egal. Ein Token ist okay. Irgendwie schmeckt der ein bisschen weird. Kann man das noch essen, wenn das Ding 4-5 Monate alt ist? Locker, oder? Kann man noch essen. Okay. Guckt euch das hier mal an. Frozen-Glücksrad. Mit unserem allerneuesten Skin Frozen-Valkyre. Lass mal ausprobieren. Wow, okay. 5%ige Chance, Frozen-Valkyre zu bekommen. Und ansonsten gibt es hier nochmal eine Menge anderen Skins. Wollen wir mal einfach reingehen? Let's go! Da ist er! Ungewöhnlich. Aber das sind einige so Frozen-Skins. Wisst ihr, wie ich meine? Viele Doppelten. Viele Duplikate. Einige Duplikate. Ah, Lena oder so war das dein Lutscher? Oder dein Lolli? Dankeschön. Ich freue mich. Ich esse den jetzt erst. Guck mal, nach so langer Zeit. Dankeschön. Ich freue mich. Sehr, sehr nice. Haben wir alle schon. Das wäre er. In der ersten Runde geholt. Hm. Alles Duplikate. Dreimal diesen hier gezogen, Mann. Damn. Das war nicht gut. Das war nicht gut. Okay, wir gehen nochmal rein, die Frozen-Skins holen. Bam. Ha! 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 Da ist er! Da ist er, der Frozen-Valkyre! Wir haben ihn! Und wir ziehen ihn sogar noch ein zweites Mal in der gleichen Runde. Ha! Was passiert hier denn? Oh mein Gott. Wir haben ihn einfach zweimal hintereinander gezogen. Was? Oh Mann. Ich wollte gerade sagen, Alter, wenn wir jetzt noch ein drittes Mal den bekommen hätten, Junge, da wäre ich komplett am Durchdrehen. Alter. Da ist er zweimal hintereinander. Was ist das hier für ein geiles Video? Schrägstrich Livestream, Leute. Ihr wisst schon. Ey, wie geil. Oh mein Gott. Ich lieb's gerade so sehr. Mega. Mega. Richtig, richtig, richtig geil. Hm. Den hatten wir auch noch nicht. Ja! Zwei Duplika, Alter. Einfach gezogen und dann, bam, direkt ein Duplikat draus gemacht. So wird das Ding ge- 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 Krank. Einfach richtig nice. Du hast Glück, weil du so ein, weil du bestimmt ein YouTuber bist. Nein, nein, nein. Woher? Oh mein Gott. Okay. Wir haben hier auf jeden Fall den Robin Hood Typen hier nochmal und diesen Live Eriksen Wikinger da. Bam, Junge. Einfach ein Special. Zweimal hintereinander. Dann könnt ihr das glauben. Ich kann's einfach nicht glauben, Mann. Alter, einfach ein Special zweimal hintereinander gezogen. Krank, Frank. Nice. Der Lolli bringt Glück, Leute. Der Lolli blinkt. Der Lolli blinkt, Leute. Bling, 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 bling. Lolli bringt einfach Glück. Okay. Bam. Das war sick. Brauchen wir nicht drüber reden. Das war ultra sick. So. Gehen wir jetzt mal rein in unser, ich will nicht sagen Hassdingen so oder in unser Hassrad, ja. Es ist schon eigentlich eher so eine Sache, was ich nicht so gerne mache, ja. Das Problem ist, dass wir hier schon seit Ewigkeiten auf der Jagd sind nach diesem dummen Drachenskin. Wir wollen ihn haben. Wir sind seit Tagen, Wochen, Monaten auf der Jagd nach diesem, nach diesem Skin hier. Er ist bei mir schwarz, weil das nämlich verbuggt ist. Ihr wisst es, Leute. So. Das Ding ist, wir haben jetzt ihn Frozen gezogen, was unnormal sick ist. Jetzt haben wir noch diesen hier. Amethyst Nyx. Den müssen wir auch noch freischalten. Aber dieser Drache. Ich will ihn unbedingt haben. Ich will ihn unbedingt haben. Und natürlich, Alter, der ist auch voll, Alter, der ist mega cool. Sprinkles. Genau, auf jeden Fall noch die ganzen anderen restlichen Skins hier, Leute. Ihr wisst es. Guckt euch das an. Oh mein Gott, ist das nice. Mmh, ist das cool. Jawohl. Es ist crazy. Okay. Also, ihr seht es. Mir fehlt hier immer noch der Drache. Den haben wir immer noch nicht. Und es ist crazy. Ich will ihn unbedingt haben. Okay. Deswegen, gehen wir hier wieder rein. Ja, wir haben hier das Frozen-Rad. Wir haben ihn einfach bekommen. Wir haben ihn einfach gekriegt. Guck mal. Stumble Center und so weiter und so fort. Hier sind auf jeden Fall noch ein paar Skins, die man hier noch freischalten kann. Bin ich sicher, ob ich hier nicht schon alle habe. Wollen wir noch mal hier eine Runde machen? Komm, wir drehen hier noch mal eine Runde. Haben wir schon. Es wäre so crazy, wenn wir jetzt noch mal diesen Frozen kriegen würden. Hatten wir den nicht eben schon? Mhm. Okay. Ungewöhnlich. Oh, ja. Uh. Schnallt euch an, Leute. Es geht los. Oh. Da ist er. Er neu. Einfach noch mal. Wie kann man so ein Glück haben gerade? Alter. 700 extra Dingens. Duplikat, man. Boom. Boom. Schakalaka. Wartet. Nice. Sehr nice. Ich krieg einfach so. Ne. Ich dachte gerade, ich krieg ne rote Zunge. Okay. Bam. Nochmal ein Duplikat. Lass noch mal reingehen. Das wäre cool. Das wäre cool. Nein. 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 Das ist jetzt verarsche gerade. Viermal. Vielmal gezogen. Geil. Geil. Viermal, Junge. Viermal. Dieser Lucha ist richtig nice. Ich liebe ihn. Das ist einfach nur geil. Ich habe ein gutes Gefühl. Wir werden heute den Drachen kriegen, Leute. Ey. Ey. Fünfmal. Jawohl. Alter. In einer Runde schon wieder zweimal. Schon wieder. Okay. Ist das krass? Das kann nicht wahr sein. Das kann wirklich nicht wahr sein. Und wisst ihr, was wir jetzt machen, bevor wir... Alter, guck mal, wie viele Stumble-Token ich habe. Jawohl. 7.197. Boom. Oh mein Gott, ey. Oh mein Gott. Okay. Passt auf. Wir gehen jetzt rein. Ich will mal ganz kurz hier in die... Äh... Hier. In den Stumble-Pass gehen. Denn man kann sich hier für 30 Token nochmal... ...Dings nachkaufen. Und das werden wir jetzt tun. Wir gehen jetzt rein und holen uns die restlichen Skins, die es hier noch gibt. Wir haben hier diesen Wrestler. Noch zufälliges hier. Bisschen da. Verbeugung, Animation. Das, das, das. Passt Dumble-Token hier. Passt Dumble-Token da. Spot-Animation. Und so weiter und so fort. Also es gibt auf jeden Fall eine Menge Stuff, den wir uns nochmal ziehen können. Hier unten auch nochmal ein paar Skins unten auf der Seite. Aber das ist eher interessant hier. Und dann kriegen wir den legendären Mr. Invisible. Ja. Und dann andere Spieler umarmen als Special Emote. Wir gehen rein. Wir holen uns einfach den Stumble-Token-Pass-Ding ins Kirchen. Zack. Da ist er. Wir holen uns den. Haben wir ihn jetzt bekommen? Ah ne, ich muss erst mal aktivieren. Oh damn. Das wird teuer. So. Wir haben das Ding jetzt aktiviert. Wir können uns jetzt hier holen. Oh man. Jetzt habe ich aber mein ganzes Geld schon ausgegeben. Nein. Ich bin so ein Hohlbrot. Aber auf jeden Fall können wir uns hier das vielleicht sogar dann aufheben für das nächste Mal oder so. I don't know. Da ist so viel Geld ausgegeben. Für das andere Ding hier. Zack. Aber immerhin haben wir jetzt schon mal diesen Wrestler-Skin. Aber diesen Mr. Invisible, den holen wir uns auch noch, Leute. Hört auf meine Worte. Den holen wir uns noch. Alter, Oliver Kahn? LOL. Was? Einfach ein Skin von Oliver Kahn? Ich will heute unbedingt den Drachen ziehen. Wir werden es schaffen. Den habe ich auch noch nicht. Und wir werden's haben. Dann zu mal oder morphen. Okay. Ja. Dann gibt es mich! tournamenture. Wir werden hier öffnen. Und wir sind corridor normalmente. Ich weiß noch nicht. Yo, Skin Opening habe ich jetzt einfach mal den Titel genannt. So, Jutis. Rein da. Convert. Nicht schlimm. Hier. So. Äh, holen. Tada. Der ist nur episch. Krass, Mann. Ihr habt einfach gesehen, ich habe Frozen so oft hintereinander gezogen. Fünfmal, Junge. Ich habe Frozen fünfmal hintereinander gezogen. Rein da. Oh, der ist abgebrochen. Guck mal, der ist abgebrochen. Guck mal. Alter, egal. Meine Zähne fallen aus. Es geht weiter. Hm. Swimmer Brody haben wir auch noch nicht. Holen. Wir müssen ja erstmal das machen, Leute. Wir kommen gleich zu den... Zu den Big Baba Bubu Skins. Oh, Legendary. Oder auch nicht. Okay. 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 Alter. Alter, wir kommen so weit. Wir kommen so weit. Das war so süß, Mann. Jetzt ist mir ein bisschen schlecht. Nice. Okay. zack. Und es fehlt wirklich nicht mehr viel. Und fehlen jetzt noch so... zu 1.000 oder so. 500. Nicht mal. Naja. Wir machen jetzt weiter. Und wir gehen hinein, Leute. Wir gehen rein und holen uns jetzt den Drachen. los geht's. Let's go. Los geht's. Ich will den Drachen haben. Ja, drückt die Daumen im Chat, Leute. Haltet die Daumen fest, Leute. Was? Drückt die Daumen. Da war er. Nur Duplikate. Ich hab heute ein gutes Gefühl. Oh, da ist er, der neue Special. Uh. Wuhu... Uh. Ich hab ein gutes Gefühl. Oh, den haben wir auch noch nicht. Den Stumble Girl da. Oh, da ist er. Wir brauchen ihn. Oh, wow. Oh, wow. Wow, okay. Crazy. Nice. Da ist er. Oh, oh. Das wär's. Wir haben ein Duplikat. Special als Duplikat. Junge. Ey. Warum hört das Lied einfach auf? Okay. Okay. Erwache, erwache. Richtig, Leute. Wir müssen den Drachen beschwören. Wir beschwören den Drachen. Los. Drückt die Daumen, Leute. Oder zumindest Skins, die wir noch nicht haben. Irgendwas. Es muss irgendwas Crazies sein. Kommt schon. Bäh. Das war eine Daumen-Nach-Unden-Runde-Runde, ey. Bäh. Eklig. Weiter geht's. Kommt schon. Da ist er doch. Ich will ihn doch haben. Bitte. 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 Kommt schon. Kommt schon. Skins sammeln. Das ist voll cool. Das ist wie so ein Kartenspiel. Dass man so Karten sammelt. Wisst ihr, wie ich meine? Das macht schon Spaß. Meine Zunge tut voll weh. Höh. Irgendwann tut mir voll weh jetzt vom Lutschen. Ich bin da, Leute. Alles Duplikate. Wieder eine Daumen-Nach-Unden-Runde. Buh. Okay. Weiter geht's. Wir ziehen voll durch. Oh. Da war gerade ganz knapp am Special vorbei. Ich hab's gesehen. Schade. Also das wäre schon cool, wenn wir den neuen Skin ziehen würden. Da würde ich mich auch richtig freuen, Mann. Das wäre echt ultra nice. Okay. Alles chillig. Let's go. Oh. Da ist er doch. Oh. Ich will ihn doch haben. Gib mir den Drachen, bitte. Ich will den Drachen haben. Ich will ihn haben. Och, Mann. Wie gesagt, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was wir noch machen sollen, wenn wir den Drachen gekriegt haben, Alter. Da, bleib stehen. Oh, den hätte ich auch gerne, ey. Der ist auch cool. Mist. Alles Duplikatenrunde. Ihr wisst es, Leute. Rein da. Ja. Was für ein Scam. Was für ein Scam. Zweimal schwitzen lassen hat er mich. Das geht zu weit, Mann. Das geht zu weit. Der macht mich kaputt. Ihr habt es gesehen gerade. Zweimal hintereinander hat mich das Ding gescammt, Alter. Oida. Das war so knapp, Mann. Es war so knapp. Okay. Rein da. Das war so knapp. Es ist alles nix. Es ist alles nix. Aber wir geben die Hoffnung nicht auf, Leute. Okay? Wir geben die Hoffnung nicht auf. Wir geben die Hoffnung nicht auf. Wie man so schön sagt, die Hoffnung stirbt zuletzt. Hoffnung stirbt zuletzt. Rein. Oh Mist, jetzt habe ich nur neun gekauft. Wir sind wieder am Skin sammeln, Leute. Bleibt auf entspannt. Bleibt auch dran, bitte. Da ist er. Er ist da. Er ist so nah. Aber doch so fern. Es macht mich verrückt. Wir kriegen ihn heute, Leute. Ich sag's euch. Heute ist ein guter Tag. Heute ist der Tag. Heute ist der Tag. Heute kriegen wir den. Heute wird es... Heute ist es Zeit, okay? Heute ist es Zeit. So. Nochmal zehn. Let's go. Ich esse jetzt nebenbei noch was, wenn es euch nicht stört. Mh. Mh. Ein leckeres Brot. Leute, heute wird es klappen. Ich sag's euch. Heute wird es funktionieren. Heute ist der Tag. Ich habe so ein gutes Gefühl, dass es heute klappt. Mit dem Drachen. Ich habe heute fünfmal hintereinander... Ich habe heute fünfmal hintereinander Frozen gezogen. By the way, das werden wir auf jeden Fall als Short hochladen. Das ist unglaublich. Fünfmal hintereinander. Rein da. Drück die Daumen. Warum sehe ich keine Daumen im Chat? Oh. Special Mashal. Der ist schon cool. Dieser Blau ist schon sehr nice. Aber wir wollen den Drachen haben. Daumen nach oben in den Chat. Spam. Los, 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 los. Mh. Okay. Let's go. Let's go. Oh. Ja. Das ist die Kraft der Daumen. Da ist sie. Da ist sie, Leute. Alter. Das ist die Kraft der Daumen, Leute. Habt ihr das gerade gesehen? Aua. Ich hab mir irgendwie wehgetan am Finger. Nicht schlimm. Ich muss weiter unterhalten. Ah. Aua. Das tut voll weh. Ich hab Suppe. Guck mal, wie die aussieht. Die ist einfach so orange. Mh. Schmeckt mega. Bam. Da ist einer. Da. Seht ihr das? Das ist er. Ein Legendary Skin. Rein da. Neue Runde. Neues Glück. Wer hat noch nicht mehr will? Nochmal. Wir wollen den Drachen Skin ziehen. Auf der Jagd. Nach dem Drachen Skin. Ich will diesen blöden Drachen haben. Wenn man überlegt. Wir sind schon so lange auf der Jagd nach dem. Bestimmt schon seit. Vier Streams oder so. Und jedes Mal so eine Stunde, zwei Stunden Pack Openings gemacht. Und nichts. Nichts haben wir gekriegt. Nichts. Aber dieses Mal wird so. Dieses Mal ist es soweit. Ich merk das in meinem Bauch, Leute. Oder es könnte auch nur ein dicker Furz sein. Das kann auch sein. Ein dicker Pupi. Ein ganz dicker Pupi. Alles Duplikate. Lass nicht drüber reden. Rein da. Oh, da ist er doch. Leute. Ich hab euch auch lieb. Dankeschön. Dankeschön für eure Unterstützung. Wirklich. Danke für eure Unterstützung. Kuss geht raus an jeden von euch. Drückt mir die Daumen. Wir holen uns das Ding heute. Wir machen das. Diese Suppe schmeckt so gut. Unglaublich. Deiner. Das war sehr knapp. Mann hat die Suppe lecker geschmeckt. Oh mein Gott hat die lecker geschmeckt. Na. Schon wieder dran vorbeigerusht. Das wäre auch cool, wenn wir den Skin ziehen würden heute. Da ist er doch. Alter. Zweimal hintereinander. Da ist er. Da ist auch nochmal der Special Skin der neue. Den haben wir noch nicht. Tatsächlich. Die alten Stinkefürze, Mann. Wir kriegen das hin. Zweimal Fuchs. Zweimal das Ding da. Ach komm. Ich zweifle noch nicht, Leute. Ich bin noch nicht am Zweifeln. Aber ich habe das Gefühl, das Spiel hasst mich so ein bisschen. Weil wie lange suchen wir schon? Special Nix. Special Nix. Okay. Nö. Oh. Mann, dieser Amethyst Skin ist auch voll cool. Amethyst Nix. 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 Ist auch sehr nice. Oh, der wäre auch cool, den zu haben, Mann. Wenn wir den heute kriegen könnten, das wäre auch sehr, sehr slick. Yeah. Uh. Ja. Aha. Aha. Yeah. 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 Oh. Oh. Es ist wieder mal nicht so weit. Es war so knapp, dass ich gedacht hab. Ich habe ihn gezogen, doch es war nur Spaß. Einfach voll die Verarsche hier. Mensch. Mensch. Menschenskinners. Es war so knapp, Mann. Warum machst du dir einen Kopf? Wofa hast du Schiss? Kennt ihr das Meme? Ist doch Dings. Wie heißt er? Das Name mir jetzt nicht einfällt. Mark Forster. Genau. Ich habe nur letztens ein Meme gesehen. Das war ganz lustig. Warum machst du dir einen Kopf? Wofa hast du Schiss? Ich habe das Lied noch nie gehört. Legendary Skin. Ich drehe durch. Ich drehe durch, Leute. Wir sind schon wieder so lange am Dingsen. Am Hustlen, dass wir das Ding hier bekommen. Und es passiert nada. Niente. Nichts. Nichts. Warum machst du dir einen Kopf? Nee, ist nix. Was gibt es da zu grübeln? Was hast du gegen dich? Ich verstehe dich nicht. Ich habe es noch nie in meinem Leben gehört. Ich sage es euch. Ich kenne nur die Memes. Da. Special. Geh jetzt rüber, Mann. Mann. Ich sage, Leute. Ich drehe wirklich durch. Da war er doch gerade. Ich kriege immer einen halben Herzinfarkt, wenn das Ding so nur in die Nähe kommt. Wisst ihr, wie ich meine? Dann denke ich mir, warum machst du dir einen Kopf? Wofa hast du Schiss? Oh. Es wird episch. Der Pinguin. Oh. Da ist er. Er ist so nah. Oh. Episch, episch, episch. Oh. Alles Duplikate, Junge. Alles Duplikates. Ich dreh durch. Dreh durch, Leute. Okay. Not bad. Ist okay. Warum machst du dir den Kopf? Wofa hast du Schiss? Ja, Leute. Ich weiß. Ich weiß. Der Drache will nicht zu mir. Ich denke echt, dass dieser Drache nicht zu mir möchte. Was habe ich ihm gemacht? Wofa hast du Schiss? Drache. Es läuft, Leute. Es läuft. Nicht. Es läuft rückwärts. Bergab. Mit Gewichten an den Füßen. Boah. Aber der, der ist cool. 700. Das heißt also, der hat uns jetzt hier auch nochmal ein paar Points geschenkt. Ich kann nicht mehr. Ich habe wirklich das Gefühl, Leute, wir kriegen dieses Ding niemals. Also real, 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 talk, talk. Talken, walken. Smaken, locken. Okay. Alter. Special ist nix geworden. Bam. Nix. Rein da. Bei der Kraft des mir verliehenen Amtes. Rein da. Gebt ein paar Daumen hoch, Leute. Viele Duplikate. Duplikate sind dabei. Ei, ei. Ei. Viele Duplikate sind dabei. Ich esse gerne ein Ei. Und ich habe Geschrei. Oder sowas. Da ist er. Der Drache will nicht zu mir. Nein, nein. Warum will der Drache nicht zu mir? Wo? 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 Ja? Wo? Oh, ja? Reiner. Oh, ich bin jetzt so müde. Müdegrad, Leute. Ich darf nicht müde sein. Da ist er. Komm schon, das wird da. Bitte. Komm schon, komm schon, komm schon. Daumen, 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 Daumen. Drück die Daumen, drück die Daumen. Special ist auch am Start. Nix. Ist nicht schlimm. Wege nochmal rein. Boom. Special? Okay, kein Special. Ich möchte keine anderen Specials ziehen, weil sonst zieht sich das hier bis übermorgen noch. Ich will einfach nur einen einzigen Special und ihr wisst, welcher das ist. Ihr wisst alle, wer das ist. Ich glaube, ganz YouTube Deutschland weiß mittlerweile, auf was ich hier auf der Jagd bin. Er war gerade da, Leute. Ihr habt gesehen, wie ich ausgerastet bin. Aber er ist einfach stehen geblieben. Ja! Da ist er! Ja! 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 Ich hab's! Ja! Oh! Oh mein Gott! Ja! Jawohl! Ich hab's! Ich hab's geschafft! Ja! Ja! Oh mein Gott! Ich hab ihn! Ich kann's nicht glauben. Ich hab's geschafft! Oh mein Gott! Ey! Ich kann nicht mehr! Ich hab's gesagt! Das ist der Stream heute! Es ist es! Es ist soweit! Ich hab ein gutes Gefühl gehabt! Wir haben richtig geil reingestartet! Und wir haben es gekackt! Wir haben es gekackt! Wir haben es geschafft, Alter! Oh mein Gott! Ja! Oh! Das ist es, Leute! Das ist es! Ihr seht ihn! Bam! Oh mein Gott! Wartet! Ich mach ihn kurz auf! Wir haben ihn! Wir haben ihn! Er ist zwar jetzt hier verbuggt, aber das ist das gute Stück! Wir haben ihn! Wir haben ihn! Wir haben den seltensten Skin aus dem Spiel! Bisher! Das ist er! Wow! Geil! Ich kann's nicht glauben! Wir haben's! Das ist ein richtig geiles Video! Lasst ein Like da! Kuss! So! Es fehlen noch Stumble Pass! Es fehlt hier noch ein bisschen was! Zack! 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 Erstmal alles hier freischalten! Weil es fehlt uns nämlich noch Mr. Invisible! Also Amethyst Nix fehlt uns auch noch der Skin! Ja! Müssen wir halt mal gucken! So! Den haben wir jetzt auch! Den schalten wir mal so frei! Aber wir holen uns jetzt erstmal den ganzen anderen Schmebble! Ich liebe es einfach, Leute! Es hat so einen Spaß gemacht! Mann, Mann, Mann hat das Spaß gemacht! Das ist ultra sick! Oh, ich freue mich so sehr! Danke, dass ihr so viele Daumen gedrückt habt, Leute! Wirklich! Großes Dankeschön nochmal an euch da draußen! Es ist einfach so cool, wirklich! Das war so cool! Das war Macht mit den Daumen! Ich sag's euch! Das war wirklich Macht! Dank euch hat es funktioniert! Dank euch hat es funktioniert! Du kannst dich immer auf uns verlassen! Kuss, Leute! Einfach! Hat einfach geklappt! Cool, Legendary! Krass! So! Den hier jetzt noch! Und dann sind wir gleich bei Mr. Invisible! Und wir holen uns Mr. Invisible! Da ist er! Sehr cool! Aber kein Skin geht über den Drachen! Ich kann's nicht glauben, das ist er einfach! Wow! Okay! Das ist es, Leute! Wir haben's geschafft! Das war auf jeden Fall sehr, sehr krass! Ein sehr, sehr harter Weg! Wow! Wow! !